ich grüße euch liebe freunde liebe geschwister auf meinen kanal das dient hier dieses video dient zur information was mein kanal kann auf meinen kanal kann man sich fun videos anschauen das erkennt man im titel des datei die man angibt des videos dass man angelegt das steht fun video dabei dann kann man sich musikvideos anschauen die ich selber komponiert habe die eine gewisse eine eigene art von musik darstellen und bereitstellen für euch da müsst ihr nur suchen musikvideos und ihr findet sie unter uploads bei youtube wenn sie auf meinen kanal geht manuel ost city o-s-z-c-z-i-c-y dann kanal abonnieren und dann kann man auf uploads gehen und kann sich alle videos anschauen also die fun videos sind beschriftet mit fun videos dann die musikvideos erkennt man wenn es musikvideos sind dann gibt es die glaubensvideos was wo ihr den heiligen geist fragen könnt ob das die wahrheit ist was ihr das seht was ich erzähle in den glaubensvideos und dann gibt es die parfums präsentationsvideos und da werden es einige parfums präsentiert alle die ich präsentieren möchte und werde und dann gibt es den elektromagnetik propulsion engine die videos darüber für den antriebsmotor der auf magnetismus basiert ja minus und pluspol erzeugt energie und durch das erschaffen haben california eine technologie entwickelt die umweltfreundlich ist ja und dann gibt es noch einen weiteren anderen kanal der heißt 444 live forms und in dem kanal geht es darüber welche also welche lebensformen im universum existieren so wie die sasquatch so die elema rusefeld sowie die sanvetaner sowie die ravensburger und die gatorietten und die fanfan und die englischhafen und die fuggeri und die splashi und die asgard und die annunnaki und die niriburianer und die apokryphen und die teletubbies und die ganja und die ja alle lebensformen die alt im universum existieren es gibt insgesamt 444 lebensformen die im universum existieren also das könnt ihr alles auf meinem kanal sehen und erleben und auf meinen kanälen und wer meinen kanal abonniert der da habe ich eine große freude weil ich mache mir gerne ich beschäftige mich gerne mit dem mit dem kanal mit den kanal geschichten es ist eines meiner lebenswerke und ja und die musik davon ist auch es ist auch mein lebenswerk also es war meine ehre und bitte wer meinen kanal noch nicht abonniert hat der soll durchstöbern und schauen was ihm begeistert und soll sich freuen daran dass es so ist und ja für die die glaubensvideos verfolgen ja es gab damals den alten sohn gottes jesus aber der ist es nicht mehr es ist jetzt als schadonei das ist das was der heilige geist auch bezeugen wird das ist das was der vater der himmlische vater gott der himmlische vater euch bezeugen wird das ist das was als schadonei euch selbst zeigen kann also dann halleluja und gelobt sei gott und der friede sei mit euch und mit eurem geiste halleluja 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 und macht's gut sportfreunde party on be excellent each other in party on und ich grüße euch also dann bis dann tschüss